ja was los willkommen zu einer neuen folge von den legend of zelda twilight princess wir geben uns heute in richtung tierone um hier genau da jetzt in den heiligen heim zu kommen um uns das master schwer zu holen um uns von dieser ekelhaften wolfsgestalt mal endlich kram sagt man los zu bringen oder uns zumindest von ihr abzuspalten sagen wir es so so f kind kommt hier sagt sagt wie sie hallo hast du mich gerettet vielen dank jenseits dieser schlucht habe ich einen wunderschönen wald entdeckt aber als ich versuchte ins innere des waldes zu gelangen greifen mich plötzlich diese kerle von eben an das mag in diesem wald nur sein schauen wir doch einfach mal nach der hätte ich jetzt hier springer zu müssen hier so und wenn man diesen abgrund überwindet gibt es noch einmal wie ganz easy ist er nicht gefährlich oder so ein federmäuse sag es ist so geil dass der die dann wieder auf kurz warten nicht runterfallen am besten weil ich will genau so easy nicht runterfallen am besten habe ich gesagt das ist ziemlich klose hier oder ist so ein stein ok 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 war das richtig noch mal ok ok easy ok jetzt noch mal so gut Das passt jetzt gut Die Sonate des Lichts Wie hieß es? Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen Auf jeden Fall war das auch das Lied bei Ocarina of Time Wo man eben das Masterchef bekommen hat In dieser komischen Halle des Lichts oder so Ihr wisst glaube ich was ich meine Oh Heigiger Heig Ok Roll Ok Easy Ok Das habe ich schön gemacht, oder? Ein Mixer Ok 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 Ja geht doch weg, was wollt ihr denn? Ich kann doch eh nichts, die sind ja alle One Hit für mich Ich gehe jetzt einfach mal den Weekend lang Da ist er schon So Wo ist der jetzt? Achja Kakariko Äh Ne Wie heißt's? Oh ne Kokiri Kokiri wollte man nicht Zweite Das ist da hinten, oder? Ich glaube schon Ich Ich Fick dich Ich Ficke dich weg Ich Ficke 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 Ah Da oben ist er Ok Also bin ich hier glaube ich richtig Ne Ach lol Ich Ficke 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 Hier sind zwei Eingänge Ich bin verwirrt Da ist er Zack Ficke Den hab ich jetzt Knall noch kurz gesehen Lass mich in Ruhe Hm Äh In Was da oben okay das heißt ich muss jetzt zurück weil da oben jetzt das ding aufgegangen ist oder kann ich hier das ist hier ich kenne mich einfach überhaupt nicht aus merkt man das ich habe einfach nur irgendwie rum irgendwie scheint alles zu stimmen du 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 Hallo? Okay. Ja, ich hab dich gefunden. Okay. Okay. Das wird's 2. So. So. Hier da. Take this motherfucker. Motherfucker. So. Das ist bisschen größer. Kann ich irgendwie... ganz sneaky? Nee. Du seht's. Da hinten. Ah Junge. Wie kann ich das da machen? Kann ich das irgendwie so machen? Nee. Wie geht das? Dass ich da hoch springen kann? Ähm. Ein Herz? Das kann ich gut gebrauchen. Was? Das klingt doch vorher auch. Aha. Wo ist er? Ah Junge. Und die ganzen Dudes, die nerven aber auch. LOL. Jetzt hab ich's geschafft. Vielleicht muss das immer machen, während er... in seine... äh... seine Tröse da rein... reinpustet. Nein, nee, nein. Nein, nein. Leute. Ich glaub ich muss so kurz jemandem schreiben. Einen Moment. So. Hallo. Da wollte ich mal ein bisschen... ein bisschen rumtrollen lassen. Aber egal. So. Leute. Ja, genau. Genauso funktioniert's. Ich muss es immer machen, wenn er... in seine Tröse reinpustet. Und ist er weg. Hihihi. Fang mich doch. Ich hab dich doch gefangen. Junge. Warte. Mach mich aggressiv. So. Lol. Okay. Ich schau mich erst mal um. Hier ist nichts. Was. Ist da drüben was? Ist da drüben was? Ich hab was glitzern. Ich hab was glitzern. Da oben. Lol. Kann ich doch mal besuchen. Eine Sicherheit. Angehorsgefunden onesie was ich jetzt gleich bin. noi Das war damit doch nichts. Nice Ich erinnere mich Ich erinnere mich Wir sind die, die über dieses Gebiet wachen Führe uns zurück dahin, wo wir der einst gestanden haben Tust du das nicht, bleibt ihr der Weg in den heiligen Hain verschlossen So Ja Okay Rätsel time Ne, Moment Ne, du gehst wieder zurück So, ein Moment Ich muss, ich, ich muss mal kurz Okay Also wenn ich so gehe, geht der eine so Und der andere in die entgegengesetzte Richtung So Ah fuck Kann ich auch runterspringen? Ne Jetzt muss der eine 1 hoch Ne, nein Ich glaube ich habe es gleich Ist es, ist der jetzt der Okay, warte Warte Ich glaube ich habe es gleich Bitte, bitte Sag ja Und Ja Wuh Ja Bitches Call me the The Rätselking B B B B B Vielen Dank.